Musik Kann ich gerade speichern? Nein, ich kann nie speichern! Wir brauchen ein Werkzeug. Eine Brechstange oder sowas. Wo kriegen wir denn jetzt eine Brechstange bitte her? Sowas hängt hier normalerweise nicht einfach so. Was ist es vielleicht ein Problem? Wisst ihr das mitzules? Wir machen die Lassung. Wir gucken euch das bei einer Brechstange. Wir sind halt auch nirgendwo an der Brechstange oder so vorbeigelaufen. Wie schnell diese Ventilatoren sich drehen, ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Das ist so fucking lustig. Das ist so fucking lustig. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Das hätte er mit seinem Arm jetzt nicht hingekriegt, oder was? Das ist ja unfassbar. Okay, Besprechungsraum 3f. Das ist ja unfassbar. Boah, ich hasse das gerade. Oh mein Gott, hasse ich dieses... Boah, wo ist 3f? Oh mein Gott. 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 Ich habe das Gefühl, das nicht, weil es hört nicht auf. Oh Gott, ich kann es hier nicht ändern. Meetingraum 3F. Das ist Meetingraum 3F. Ich sehe halt auch nichts. 303 ist das ekelhaft. Da lang. Da. Okay, das war jetzt Glück. Das war pures Glück. Wir kaufen nichts. Ich kann ihn mit dem Stuhl bewerfen. Okay. 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 Oh, Spiele mit Taschenlampen. Was habe ich denn da für einen Schlüssel gefunden? Oh, Spiele mit Taschenlampen. Oh, Spiele mit Taschenlampen. Jetzt sind wir wieder in unserem Zimmer.